Das ist Rita, die letzte Redung. Rita ist sehr klein und total verschmutzt. Am Anfang ist sie vorsichtig, weil sie ist ständig geschlagen worden. Sieht man auch im Auge, sie hat noch eine Narbe. Aber jetzt genießt sie wirklich das Leben. Sie bekommt Streicher und sie geht zu jeder, der kommt. Ist total lief die Hundin, so hübsch und so schön, niedlich. Deja, lange sollecito, dass ich sie lebe a ella, mire. Eh, bonita? A ver, los perritos?